Herzlich Willkommen in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Im Rahmen des Coding Da Vinci Hackathons möchten wir Ihnen die Reisefahrtenbücher von Max Schirrmann zur Verfügung stellen. Max, von seinen Freunden Meta genannt, geht mit gerade einmal zehn Jahren zusammen mit seinen Freunden in ganz Europa auf Reisen. Von Lapland bis nach Südfrankreich. Seine Fahrten hat er nicht nur absolut spannend niedergeschrieben, sondern auch in grandiosen Fotos festgehalten. Seine Fahrtenbücher erzählen beim genauen Betrachten und Lesen vom Wunsch nach einem freien, selbstbestimmten und unangepassten Leben.